so herzlich willkommen zurück so herzlich willkommen zurück zu einer ich war es immer noch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ist eigentlich war sie muss 100 überlegen 162 ich habe nur aufgehört das heißt wir haben 162 durch 16 hallo fokus ich sehen fokus richtig wieses menten wenn nun plötzlich aktiviert so ja ist eine ganz ganz katastrophale zahl das heißt um auf einer durch 16 zahl zu kommen müsste ich zehn folgen heute aufnehmen also noch fünf also mit dieser noch fünf folgen dann hätte ich tatsächlich bei der folgen zahl auch eine 16er stafflung wie ich ja auch bei ats und ets2 habe ok klingt nach machbar machbar machbaren plan so gut hier rutschen durch sehr gut müsste eigentlich mittlerweile halt hier die eingabe die kiste ja fast ja nicht genau das heißt die ab jetzt müssten auch die hier gefördert werden wieder genau jetzt auch hier wieder action drin und auch hier wieder action aber ist noch nicht so dass sie sich füllen ich würde doch gerne mal gucken was passiert mein mikrofon ist voll im weg so wenn ich jetzt den hoch stelle auf auf fünf ich will mal gucken was was so der sweet spot ist dass die anlage also ich sollte man hier vielleicht auch noch ein paar rein machen und die anlage auch gefüllt bleibt sind ja auch so genau das heißt hier packen wir mal wieder alle rein hier so jetzt ist mein inventar nicht mal viel leerer davor davor war es immer so spieler so genau das ist noch mal fünf ist jetzt über über eine sturm da oder ist alles noch gut ich glaube um das herauszufinden müsste man die erst mal ein paar minuten laufen lassen und so um uns wirklich sagen zu können so mal gucken wir mal jetzt so eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn okay das passt der schaltet jetzt immer alle fünf sekunden oben das heißt jetzt haben wir 0,1 herz oder ein zehntel herz also einmal alle zehn sekunden halt weil er halt immer alle fünf sekunden umschaltet und die halt immer bei steigender flanke droppen für den fall dass irgendjemand weiß was steigende flanke bedeutet also das also dann wenn es aus war und angeht also von aus zu an wechselt dann kommt immer hier was raus also jetzt ist aus und gleich ist an und dann kommt die was raus und das heißt steigende flanke weil 0 ist unten 1 ist oben in digital diagramm und dementsprechend wenn von 0 nach 1 geht also von euch von euch aus nicht gesehen natürlich kommt natürlich von links also jetzt ist auch von eurer sicht aus wenn es von 0 nach 1 geht es ist eine steigende flanke und da die dinge arbeiten halt also die werden halt mit einer steigenden flanke getriggert so jetzt haben wir es und dadurch dass das die blume alle fünf sekunden ihren zustand wechselt heißt es dass die halt immer bei allen alle zwei zustände wechseln ich kriege gleich gleich zustände und dementsprechend halt alle zehn sekunden ich weiß könnte man natürlich gucken die frage ist wie lange brauchen die um eins und ding zu kochen das ist nämlich halt mal die entscheidende frage so sie sieht man hat nicht aber jetzt scheint er nicht ja okay scheint sogar richtig zu sein weil jetzt kommt er nicht weiter runter das heißt es ist sogar schon fast zu hoch weil hier er steigt nämlich langsam an jetzt ist er schon bei bei vier und sechs gleich ist er dann bei sechs und acht das heißt alle zehn sekunden einmal wechsel ist wahrscheinlich sogar schon zu hoch sonst weil wir das problem ist weil der hier voll ist weil die 99 dinge drin sind bleiben die restlichen hier umgefangen weil sie gehen halt erst hier rein dann muss hier umgelenkt werden hier können sie nicht rein also gehen sie wieder zurück hier wird aber wieder gesagt nee bitte bleib mal in einer richtung also gehen sie und tut und immer hin und her und wenn denn hier irgendwann zu viele drin sind weil die keine mehr reinpassen dann ist achterbahn fahren deswegen aber kommen wir jetzt jetzt wieder bei 23 ok also ich glaube tatsächlich 5 kann so bleiben das scheint er doch relativ stabil zu sein jetzt natürlich die frage ist jetzt wirklich stabil oder wenn die jetzt drei stunden läuft und da drei stunden lang immer wieder nachgepumpt wird ob er dann nicht doch langsam voll läuft das kann nur die zeit sagen fakt ist aber auf jeden fall wenn wir jetzt noch weiter runter gehen also ich sag jetzt mal auf zwei dann müsste das ding hier fisch zu schnell füllen weiß was wir machen mal anders ich mach mal hier erstmal auf einen relativ hohen wert wieder so 10 zum beispiel fortsetzen warten bis das ding an ist lösen das ding paar mal manuell ausgleich jetzt haben wir ein bisschen manuell ausgelöst hier lalalalalala so haben wir richtig action jetzt müssten hier gleich die ganze menge kommen so derzeit und ding mal aus oder so ist aus ok und jetzt gucken wir mal müssen nicht hoffenweise nur kann man sich mal gekommen sein jetzt kommt so wie lange braucht mir jetzt abzuarbeiten 12 wir müssen erst mal warten bis alle da sind aber jetzt kommt so lange die müssen doch direkt von hier ach nee halt kommen erst mal hier unten und gehen erst mal in die andere richtung weg brauchen also doch relativ lange bis hinten ankommen ah ja das ist schon eine viel höchstere zahl so jetzt kann man warten so bis anfängt runter zu gehen 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 5 sekunden brauchen so immer ok das heißt wenn die dinge aber 5 sekunden braucht um zwei zu verarbeiten weil es wird ja es geht ja immer zwei runter pro schritt das heißt er würde für für ein so ein ding zwei und halb sekunden brauchen dann würde es ja doch in home wenn ich den hier runter also noch wesentlich weiter runter stelle aber wenn ich denn jetzt hier auf 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 zwei stelle aber ich sag mal auf drei also also er braucht fünf sekunden für zwei das heißt wenn ich den hier auf drei stelle jetzt einschalte heißt es dass hier hinten ne weil der der ist und nur über jedem zweiten takt das heißt alle sechs sekunden kommen zwei raus so und hier kann alle fünf sekunden zwei verarbeiten das heißt er wäre immer noch etwas schneller als er da hinten das heißt mit der drei dürfte er hier nicht überlaufen ne aber wenn ich jetzt hier auf zwei gehen würde dann wärst du schnell weil dann würde er nämlich alle vier sekunden zwei raus drücken und er kann aber nur alle fünf sekunden zwei verarbeiten das heißt das würde sich hier langsam aber stetig füllen so müsste es aber genau perfekt sein wenn jetzt meine kopf gehirn prozesse richtig funktionieren das heißt er dürfte jetzt nicht auf auf 30 oder so kommen können wir mal gucken aber natürlich hinten ist es ist natürlich schon er hat schon druck mittlerweile weil der kommt ja auch nicht schneller mit den ausgaben hinterher mit den ausgeben sollte aber kein problem sein weil er auch alle also der drückt er genauso schnell raus wie da vorne die kiste einspeist das heißt letztendlich ist der zwar schneller als er dadurch dass er aber nicht auf volle hochtouren läuft sondern ab und zu pausen hat sollte der unterm strich trotzdem nicht überfordert sein das heißt das hier dürfte auch nicht mehr werden mit der zeit weißt du was ich mach mal clean test du bist wahrscheinlich leer und die bist du nicht der ist relativ leer der ist relativ leer ok schmeißt die alle mal raus hier so 0,9 ist da oben der müsste auch gefüllt sein genau und ab hier müsste es wieder leer sein genau so die machen es einfach mal alle eine ehrenrunde die ehrenlosen so jetzt sind die puffer quasi einmal geleert worden und ab jetzt dürfen die sich nicht mehr so schnell füllen ah es ist ja mal eine gute ne 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 frage ob das wirklich so funktioniert guck mal der ist jetzt schon wieder bei 50 aber warum denn ach so das stimmt ja weil er von dem auch 0,7 generiert werden na wie gesagt das problem ist damit das ganze damit die berechnung hinhaut müsste das system einmal komplett clean sein erst wenn es einmal komplett clean ist und alle blöcke hier drin sind wo man dann das system startet dann müsste es vom timing her perfekt funktionieren das heißt wir machen das einfach mal dann muss man natürlich warten bis hier einmal leer gelaufen ist hier also die rohre leer gelaufen sind egal technik alter so kannst du überlegen aber genau das ist halt das schöne daran man kann hier wirklich sagen richtig ah das ist genau die art von überlegen wo man nicht überlebt mit was klingt gefährlich das ist halt halt das blöde dass diese dinger halt im schlimmsten fall eine ganze runde machen müssen und das halt bei den vielen rohren weil wir haben dieses rohr geht quasi vier mal im kreis also da oben das rohr hier das rohr hier das rohr und dann genau auf der seite ist es sogar nur dreimal also vier mal doch etwas glaube ich genau da oben einmal das rohr dann hier wieder zurück also halt übergegengesetzt einmal zweimal dann hier dreimal und hier vier mal aber wie sie aussieht ist es jetzt leer ich sehe zumindest nichts mehr oh na ne scheint alles leer zu sein ok ok ja jetzt wird spaßig so du kannst bei so weg auch weg du kannst auch weg so jetzt lernen wir einmal alles aus und schmeißen dann alles von in die kiste rein und erst dann werden wir zuverlässige zahlen haben jetzt haben wir wissen ob alles so perfekt funktioniert wie es soll denn es kann nämlich wirklich sein dass der 0,7 hat doch noch überlastet wird weil er wie sagt er wird ja nicht nur vorne durch das ding gefüttert sondern auch durch seine beiden benachbarten öfen wird er mit gefüttert und da kann es natürlich sein ich meine ich kann man kann man kurz im kopf überschlagen wie stark dieser effekt sein dürfte also wenn er zwei produziert hat haben die beiden benachbarten jeweils nur ein das heißt er muss vier produziert haben dann mit dem benachbarten öfen jeweils was tun ja weil dann haben die beiden benachbarten jeweils zwei dinge und damit arbeiten sie und produzieren dann jeweils ein 0,7 das heißt für vier die er raus gibt bekommt er zwei zurück ist also doch ein ganz großer effekt das ist 50 prozent mehr last für ihn da könnte nämlich das mit der 0,3 äh mit den drei sekunden hier doch zu hoch sein weil das heißt dann schafft er nämlich pro sekunde nicht mehr fünf sondern nur so ganz grob überschlagen 0,33 äh 3,3 also quasi 66 prozent von fünf pro sekunde das sind doch zu hoch sein mit der mit der 3 müsste ich den wahrscheinlich eher auf vier oder fünf stellen wenn wir gleich sehen so war ich gerade da war ich die restlichen dürfte wahrscheinlich sowieso alle noch leer sein wobei wir waren schon bei 2,2 prozent waren wir schon das heißt hier oben genau hier ist auch noch was 2,0 ist leer ok 2,1 ist einer oh 2,3 haben wir jetzt sogar schon erreicht ok und da endet es aber auch wow wir haben wow wann ist denn das passiert auf einmal sind wir schon voll weit ok damit habt ihr nicht gerechnet verdammt wir haben zu viel da habe ich jetzt echt nicht gerechnet alter ok dann äh so achso halt äh 0,7er kann raus das keul kommt erstmal weg so ein paar andere können ruhig bleiben bam ja hallo oh ist voll hier ist noch 0,7er der weg kann komm hier ah ne 0,8er 0,8 0,7 0,7 so der kann bleiben achso ist 0,6 der kann auch bleiben kann auch bleiben ja ein bisschen 0,7 kann ruhig bleiben so mal schauen was wir hier noch alles bekommen so das haben wir das irgendwie war schon bei der unteren Reihe ne ich meine hier die hinteren dinger die dürften sowieso keinen großen impact mehr verursachen weil die werden halt von schritt zu schritt nur noch doppelt so langsam das heißt deren impact ist halt nur noch nichtig die werden das system niemals zum bruch bekommen es sind dann wirklich hier die die um der 0,7 herum sind also alles von ich sag mal 0,4 bis hier 1,1,0 das sind die die das system wirklich an den rand des wahnsinns bringen so so dann ja let's go und äh die restlichen bei 0,7er können einfach weg so jetzt lass mal nochmal überlegen also die schaffen 0,5 pro sekunde ne 5 pro sekunde schaffen die so wir bekommen da vorne 4 pro sekunde plus hier die hälfte davon also 2 pro sekunde sind wir also bei ja bei 6 pro sekunde damit mehr als er schafft das heißt wenn ich jetzt so den hier auf 3 ah ne der läuft ja schon auf 3 hä moment was hab ich gerade gerechnet also er schafft ein 5 pro sekunde und er bekommt alle 3 alle 6 sekunden bekommt er 2 so und er schafft alle 5 sekunden 2 eben er schafft immer 2 mit einmal genau das heißt alle 6 sekunden schafft er 2 und bekommt hier boah ich bin gerade Matsch in der Birne egal wir setzen hier einfach mal auf 5 oder 5 sollte es auf jeden fall reichen ne 10 war ja am anfang 10 ist definitiv zu langsam aber mit 5 sollte ich auf jeden fall im grünen bereich sein so jetzt wird hier alles schon rausgenommen so gut wir haben alles gelabelt die maschine sollte so wie sie ist einmal laufen ohne damit zu übersteuern dann sieht doch alles gut aus gut gut jetzt wollen wir nur noch 3 stunden warten und gucken ob die maschine 3 stunden funktioniert das ist ja nice langweilig jetzt wäre es auch witzig ich meine normalerweise sind ja hier nur 0,7er drinne 0,7er ist ja das was man abbaut ähm jetzt sind aber natürlich verschiedenste Dinger drinne das heißt wäre natürlich cool wenn der der ähm das Ding also der da hinten nicht immer von dem ersten Block Sachen rauszieht sondern immer durchwechselt ne also erst geht er von dem Block dann von dem nächsten Block wo was drinne ist dann vom nächsten Block wo was drinne ist und wenn das der letzte Block war fängt er dann mal wieder von vorne an oder hier halt alles das ist also schon praktisch siehst du die gleiche Frage ist ja eigentlich auch wenn er jetzt hier bei dem Block zum Beispiel ist ja bei dem 2,7er und der bekommt ja immer Doppel Stroke ja Doppel Stroke hier sind zwei Dinger zieht der denn einmal so ein und einmal so ein raus also der droppt ja hier immer zwei Objekte ne von daher kann er auch zwei verschiedene droppen die müssen ja nicht immer das gleiche sein ja klar doch genau ja macht Sinn erkennt man leider nicht weil die halt genau gleichzeitig droppen von daher sieht es halt von außen so aus als wenn es ein Objekt wäre aber der müsste eigentlich zwei Objekte droppen die also ja halt zwei ich meine man könnte so noch hier hinten noch ein wenig Ding hinpacken und dann würde er drei Signale bekommen aber das wäre irgendwann too much wir wollen ja hier nicht übertreiben warum hat der hier eigentlich keine ach weil ich die Ausgabe ist nevermind hä hä wie sagt die Ausgabe überhaupt ein habe ich wahrscheinlich einfach nur nur der Vollständigkeit halber gemacht damit es hier nicht so unvollständig aussieht oder so ne weil eigentlich Sinn macht es nicht aber na gut ich meine hier wird ja nichts rausgezogen weil der ist ja nicht so angeschlossen das heißt er wird nie was machen obwohl außer wenn ich anschl- genau wenn ich ihn anschlage dann schiebt er was raus geben die die Funktion auch aufklicken yeah ab in den Umlauf mit euch kommen immer wieder zurück ja das ist das Schöne daran bei dem Ding selbst wenn der angeschlossen wäre würden die halt 1 zu 1 genau so schnell wie sie da rausgehen hier wieder rein kommen also das hätte halt überhaupt keinen Impact hier wird es wirklich erst dann kritisch wenn die Kiste irgendwann mal voll sein sollte dann könnte es ein Problem geben das Schöne ist so fragmentiert wie es hier ist kann es hier nie werden weil hier sind ja nur 0,0er und 3,5er drin das heißt es kann immer gesteckt werden sprich wenn ich hier eine ganze volle Kiste mit also eine Dings mit 3, 0,7 voll mache sollte die hier trotzdem nicht überlaufen können es kann zwar sein dass hier ganz viele Stacks und ein halber mit 0,0er voll sind und dann halt das weil einer nur zur Hälfte voll ist ein paar nicht mehr reinpassen beim Kistenende und die würde dann hier weiter rum zirkulieren aber das wäre eine halbblut eine Hand voll obwohl die die würden Tropfen hier herum zirkulieren auf dem Abschnitt weil die ja auch hier drinnen gefangen werden könnte also doch zum Problem werden das heißt ich darf die hier nie komplett voll machen sondern muss immer mindestens ein Stack leer lassen oder ich muss die zwischenzeitlich entleeren hmmm oder ich muss den hier ein bisschen um platzieren wobei das geht nicht weil der muss ja direkt an der Küste dran sein das heißt der geht nur nach hinten hin und nach oben ist kein Platz da ist ein Rohr und nach unten ist kein Platz weil da ist ein Kabel das heißt der kann nur nach hinten weg und hier ist das Rohr gut ich meine ich könnte das Rohr ein bisschen umlegen dass es da ein bisschen hier nach oben geht dann da wieder ein bisschen runter geht und die Ausgabe hier könnte ich dann zu einer großen Kiste irgendwo unterirdisch packen ah ne würde schon so passen wie gesagt würde sowieso Jahre brauchen bis die Kiste irgendwann mal voll ist eigentlich müsste man mal durchrechnen wie lange das braucht dass die Kiste einmal voll ist oder zumindest dass da mal wenigstens eine Hand voll kommen ich meine kann man das überhaupt berechnen ich versuch's mal also hier ist alle 5 Sekunden schafft er 2 das heißt alle alle 5 Sekunden wird einer produziert der ins nächst höhere geht so das heißt alle 10 Sekunden wird einer produziert der ins nächst höhere geht ja und genau diese Zahl verdoppelt sich einfach immer nur weiter das heißt 10 Sekunden dann 20 Sekunden oh man die Zahl wird so apostrophisch hoch das geht ja gar nicht 40 Sekunden 80 Sekunden 160 Sekunden 300 Sekunden 600 Sekunden 1200 Sekunden 2400 Sekunden 5000 Sekunden das wird viel zu hoch 5000 Sekunden ja 10.000 Sekunden 20.000 Sekunden 40.000 Sekunden 80.000 Sekunden und bei 80.000 Sekunden sind wir genau bei einem Tag weil ein Tag hat 86.000 Sekunden 86.000 Sekunden 86.000 Sekunden 86.000 Sekunden was 86.000 400 Sekunden 400 Sekunden deswegen stark vereinfacht 80.000 Sekunden ist ungefähr ein Tag also braucht allein damit ein einziger 2,1 herauskommt braucht er schon einen ganzen Tag 2 Tage 4 Tage 8 Tage oh mein Gott oh mein Gott 16 Tage 32 Tage das heißt allein damit allein damit ein 2,6 herauskommt braucht er halt schon einen Monat hat das kann doch nicht sein wie soll das funktionieren ist das wirklich so ich meine wir spielen uns ganz einfach mal weiter aber wir wir kommen bei weit mehr als einem Jahr raus damit hier einer rauskommt äh so da waren wir bei einem Monat 2 Monate 4 Monate 8 Monate mehr als ein Jahr 8 also rechnen wir mal mit einem Jahr weiter also abgerundet ja stark abgerundet ein Jahr 2 Jahre 4 Jahre 8 Jahre 16 Jahre für ein 3,4 hä das macht ja mal gar keinen Sinn ich muss da irgendwas übersehen gerade oder? das funktioniert so nicht oder? es würde aber zur Begriffung erklären warum er bis jetzt nachdem er selber ja schon eine Weile gelaufen ist gerade mal bei 2,7 irgendwas war also da hinten irgendwo das würde das zumindest nicht erklären aber ich meine ach so siehst du warte 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 ich habe doch hier bei 0,7 angefangen zu zählen ne? oder habe ich jetzt bei 0,0 angefangen zu zählen? verdammt ich glaube ich glaube ich glaube ich habe jetzt bei 0,7 angefangen ich gucke mal ganz kurz in die Aufnahme rein 0,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 aber gut ich mach mal wieder mein mir also damit ihrs dann auch seht so jetzt hier die alte Aufnahme es ist also Aufnahmen Inception jetzt mache ich mal kurz das Audio von der alten Aufnahme an ich sehe gerade durch irgendwelche presets bei mir durch bitte so bleiben so und jetzt hier im video die m-taste so das heißt alle zehn sekunden wird einer produziert das nächste höhere geht ja und genau diese zahl verdoppelt sich einfach immer nur weiter ok ja also es ist ich habe wirklich bei 0,7 angefangen das heißt wir landen wirklich bei 16 jahren das kann doch nicht sein es ist ich meine das einzige wie man das entgegenwirken kann wäre ja wenn du sagst okay ich beschleunige den prozess indem ich am anfang der pipeline mehrere hinsetze aber da kommt ja genau ins gleiche also angenommen du möchtest statt 16 jahren lässt du dich herab und sagst okay ich will nur ein jahr warten ein jahr dann heißt das dass du am ende der pipeline statt einem schon 16 brauchst von der ersten stufe wenn du also statt einem jahr nur einen monat warten möchtest also das kannst du noch mal verzwölffachen die geschwindigkeit dann musst du also statt 16 16 mal zwölf hin bauen dann bist du also schon bei ungefähr 200 also das heißt du brauchst von 0,7 mal öffnen brauchst du 200 hier brauchst du einen 100 da brauchst du einen 50 25 ne also nur so alt da kommst du ja das kann also da bin ich mal echt gespannt ob das so hinhaut meine berechnung oder ob ich hier nicht was ganz grundlegendes übersehe aber wie sagt dass sich die geschwindigkeit immer halbiert das haut hin weil das deckt sich mit meinen beobachtungen dass er für jede stufe immer wesentlich länger braucht und er auch jetzt erst bei dem 2,7 war weil wir erinnern uns zurück hier oben war ungefähr ein monat hier wäre denn so zwei monate vier monate und wie sagt die anlage lief läuft kaum ich hatte die zwar zum test mal ab und zu mal laufen und das würde dann auch ungefähr hinkommt einer gesamtlaufzeit von bis zu vier monaten wo ich habe ja schon ein paar mal für für mehrere tage laufen lassen von daher vier tage also 120 tage vier monate also 120 tage kommt hin aber sagen es würde bedeuten 120 tage lief die anlage gar nicht das waren die im leben 120 tage also lass es vielleicht 20 tage gewesen sein oder so warte mal kurz habe ich jetzt gerade 16 jahre 8 4 16 8 4 2 ein jahr sechs monate vier monate ja ok ist eben da hinten war ja ungefähr ein monat das heißt wir haben hier zwei monate das höchste was war das höchste das höchste der gefühle ok 2,7 war das höchste der gefühle eigentlich doch 2,8 ist einmal gut wie gesagt ich habe hier auch ich habe jetzt hier auch immer ein bisschen gerundet meistens auf mal ab also müssen wir nochmal sauber durchrechnen aber wie gesagt ich habe halt schon das ding viele 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 tage laufen lassen und da kommt es halt mit der verdopplung mit der zeit die wir berechnet haben so ganz grob hin also die berechnung an sich scheint zu stimmen das heißt da hinten während der zwei nicht vielleicht 16 jahre sein sondern irgendwas zwischen 8 und 24 jahre aber wie gesagt es sind halt viele jahre jahre wer wer baut bitte schon eine maschine in mein test um sie dann für jahre laufen zu lassen um ein so das ding rauszubekommen und jetzt kommt ja wie ist das ding nochmal ich bin so breit gerade in der birne ich komme nicht mehr auf den namen wie die dinge heißen uran ne ja uran um ein ding zu bauen brauchst du fünf bis ich das ding gefällig habe bin ich in rente ich bin in rente ich bin fucking 30 jahre alt also 27 jahre ich bin in rente bevor ich ein so ein stab bauen kann mit dieser anlage hier und die ist schon fucking over fucking wie gesagt verkürzen würde damit funktionieren dass ich dafür halt dafür mehrmals bauen ich will sind nicht du hast du schon echt heftig die ist ja also wie wir erstmal an der stelle folgen pause ich brauche erstmal ich muss erstmal klarkommen auf mein leben bis zur nächsten folge